hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu black mirror der samuel hat sein zimmer im schloss bezogen und da steht diese alte kommode rum deren untere schublade wir ohne schlüssel nicht aufbekommen und dazu habe ich einen tipp von alexander bekommen dem gehen wir gleich nach und darüber hinaus wollen wir mal gucken was der robert mit dem heinz hörmann so rummauschelt da haben wir einen brief gefunden vor dem zimmer von robert der so einiges erahnen lässt und deswegen suchen wir mal den heinz in der bibliothek auf und werden mit dem heute noch mal sprechen jetzt gucken wir erstmal der erste tipp war ich soll dinge mehr mit der rechten maustaste untersuchen hier im speziellen den türrahmen und das machen wir noch mal ich habe ja schon gedacht dass da irgendwas ist aber er kam ja nicht dran zu kommen so und jetzt geht es ne ja da ist etwas das ist der schlüssel von meiner schublade na also ich wusste dass er irgendwo im zimmer sein muss also ich war gar nicht falsch aber ich wusste nur noch nicht wie jetzt haben wir ihn aber und jetzt schließen wir mal auf und gucken ob da mehr drin ist als nur die kamera die der samuel dort erwartet ja nicht wirklich ne die kamera ich muss keine fotos machen okay sie sind zu alt um sie noch zu verwenden auch das nicht ohne bibel meine bibel und diesen brief hier wenn wir nicht nehmen okay dann war ist das aber auch hier schon also warum ich jetzt da unbedingt dran musste ist mir jetzt noch nicht klar aber das wird sich vielleicht noch ausstellen immer gespannt der kamin brennt ja immer noch nicht wann der baits kommt und den an macht auf jeden fall suchen wir jetzt erstmal die bibliothek und ich hoffe da werden wir den heinz finden und dann schauen wir mal was der so zu erzählen hat so zum esszimmer genau da ist das esszimmer hier ist die bibliothek so noch mal gucken ob wir hier alles in der tat entdeckt haben nichts neues mehr dann gehen wir mal zur bibliothek ok und jetzt suchen wir erstmal den raum ab bevor wir mit ihm reden alte bücher und dokumente wahrscheinlich sind sie von dem haufen auf dem stuhl heruntergefallen aber sonst hast du kein interesse daran ok bücherschrank haben uns den mal an viele bücher für lange abende ich habe im moment keine zeit darin zu lesen na vielleicht später ok hier wird er doch das gleiche sagen dieser bücherschrank ist voller alter staubiger bücher ich glaube nicht eines davon würde mich interessieren alles klar dann schauen wir noch mal wer hier aus der familiengeschichte abgebildet ist der urgroß wo gehst du denn hin so hermann dann reden wir mal miteinander doktor kann ich kurz mit ihnen sprechen ja in ordnung nur über william ok es geht um william ich weiß dass sie nicht nur sein arzt sondern auch sein freund waren ja das gilt für ihre ganze familie was haben sie denn auf dem herzen gorden ihnen ist wohl klar dass dies kein angemessener zeitpunkt ist um über william zu sprechen ich glaube nicht dass es ein unfall war hm nun es ist in der tat seltsam wie sollte es nur passiert sein und diese verbrennungen was für verbrennungen zahlreiche tiefe verbrennungen ich habe keine ahnung woher sie stammen reden sie weiter nicht jetzt mr gordon ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden kommen sie morgen wieder dann erzähle ich ihnen gerne alles also gut dann erwarten sie morgen meinen besuch ich werde bestimmt kommen dr hermann weiß etwas wichtiges ich muss morgen mit ihm sprechen ja ok es ist nur die frage wie wir nach morgen kommen es geht auf jeden fall weiter mittlerer abschnitt da gehen wir mal hin vielleicht hat die bibliothek noch ein bisschen was zu bieten eine truhe es ist voller dokumente und alter schrift rollen ich sehe nichts interessantes hier diese schrift roll vielleicht ein plan von unserem gut der könnte sich als nützlich erweisen den nehme ich mit wunderbar wir müssen ja sowieso noch den alten flügel irgendwie auskundschaften dafür ist der plan wahrscheinlich wirklich von interesse hintere abschnitt bücherschrank alte karte eine von hand gezeichnete weltkarte aus dem 16 jahrhundert anschauen können wir sie aber nicht ok lobos hier scheint etwas zu fehlen und was ok irgendwelche kugeln können wir da bombons reinlegen hier scheint etwas zu fehlen ja entschuldigung nein aber was fehlt ja müssen wir noch rausfinden gut literarische werke renaissance darunter sind viele große bücher vielleicht lese ich später darin wenn ich zeit und muße habe dann gehen wir noch mal in den hinteren abschnitt so wir schauen uns mal den tisch an williams schreibtisch er verbrachte früher unzählige stunden davor eine schwarze statue die statue hält etwas seltsames in der hand es scheint eine art schlüssel zu sein oder ein amulett aber nehmen kannst du es nicht eigenartig ok wir schauen uns das buch mal an die chronik von schloss warm hill die pfarrkirche existiert schon sehr sehr lange schon unsere ältesten bücher und aufzeichnungen erzählen von ihr nur die mauern unseres schlosses erinnern sich an ihre erbauung marcus gordon ließ die kirche vor so langer zeit erbauen dass das genaue datum im nebel der vergangenheit verloren ist folglich kann das tatsächliche alter des gebäudes nur geschätzt werden da es in der vergangenheit keine genauen aufzeichnungen gab nach meinung angesehener historiker wurde die kirche um das jahr 1215 herum errichtet man glaubt dass marcus die kirche auf einer heidnischen städte erbauen ließ an der im wandel der zeiten viele unschuldige menschen gestorben sind es gibt jedoch keine entsprechenden aufzeichnungen in den büchern die mir im schloss und pfarrhaus zur verfügung stehen wird davon auch nichts erwähnt vom historischen standpunkt her ist dies also bloß eine annahme wahrscheinlich eine von vielen erfundenen legenden wie sie in diesem teil des landes kursieren eines ist jedoch gewiss in diesem zeitalter entstand die akademie von black mirror wie bei der kirche von warmhill war marcus für die entstehung des imposanten gebäudes verantwortlich die neue akademie mit ihrer riesigen bibliothek sollte als wissenszentrum für das volk dienen außerdem war sie ein sicherer aufbewahrungsort für die chronik der familie gordon die auf anweisung von marcus von den gelehrten behütet werden sollte in diesem punkt jedoch meinte ist das schicksal mit marcus nicht gut nach seinem tode brach circa 1512 ein brand in der akademie aus trotz der beherzten rettungsversuche der bewohner die zum schloss eilten um die flammen zu bekämpfen brannte die akademie bis auf die grundmauer nieder als ersichtlich wurde dass das gebäude nicht mehr zu retten war versuchte man die aufzeichnungen zu bergen nicht jeder war bereit sein leben in der tödlichen hitze zu riskieren nur um papiere und bücher zu retten aber hätte es nicht einige mutige menschen gegeben wüssten wir heute nicht wer marcus gordon gewesen ist und die geschichte des black mirror schlosses wäre verloren gegangen denn ein großteil der chroniken fiel den flammen zum opfer bei dem brandstab gar moore gordon im alter von 45 jahren sein mut wird uns auf ewig in erinnerung bleiben vom personal der akademie blieb niemand am leben der sich um die aufzeichnungen und alten bücher welche das feuer überdauert hatten hätte kümmern können folglich wurden die verbliebenen bände der gemeinde von warm hill übergeben in die obhut von pater matthias bis zu seinem tode im jahre 1543 bewahrte pater matthias die historischen schätze sorgfältig auf diesem heiligen mann verdankt die familie von gar moore gordon die erhaltung der chroniken und der alten aufzeichnungen seit dieser zeit wird die chronik der familie gordon über die jahrzehnte an die nachkommen von pater matthias weitergereicht bis heute zur unterschrift gegeben von jeremy gordon im jahre des herrn 1632 wow das ist ja mal ganz cool gemacht muss ich sagen schön hier diese seite des buches dargestellt und der gesamte text vorgelesen jetzt auch ein bisschen schwierig für mich gewesen diesen text hier tatsächlich vorzulesen zumal das mit der schrift auch nicht ganz einfach ist ob diese familiengeschichte mir jetzt hilft weiß ich nicht aber vielleicht ist es wichtig rauszufinden ob irgendjemand der personen im haus sie nicht zur familie gordon gehören nachkommen von pater matthias sind was uns das ganze bringen soll weiß ich jetzt noch nicht aber das ist das erste was mir zumindest ad hoc einfällt noch mehr bücher und wir behalten das einfach mal im hinterkopf ist hier noch irgendwas auf dem tisch was interessant sein könnte nein das ist die frage wo ich hier ansätze um weiter zu kommen so ich würde sagen wir gehen doch einfach mal teile vom schloss angucken die wir noch nicht kennen wir haben nämlich noch den zugang zum alten flügel im ersten obergeschoss ich glaube nämlich nicht dass es Sinn macht mit bates noch mal zu reden mit hermann auch nicht wir schauen noch mal rein brauchen sie etwas nein eigentlich nicht ich komme nur gerade zufällig vorbei ja ok esszimmer ausgang ja gehen wir mal hier hin so der alte flügel es gibt noch viel zu entdecken hier hier ist ein balkon draußen waren wir ja auch noch nicht fangen wir mal hier an ein alter turm da können wir wieder reingehen hinter diesen fenstern war williams arbeitszimmer wenn ich herausfinden will was sich in wirklichkeit abgespielt hat muss ich da irgendwie rein kommen ja und damit haben wir doch eine aufgabe oder so der alte flügel hier geht es nicht weiter dann gehen wir da mal hin ich hatte gehofft nie wieder hier her zurückkehren zu müssen ich kann mir kathrines tod nie verzeihen ich war dafür verantwortlich nicht sie hätte in den flammen umkommen sollen sondern ich da bin ich auch echt noch gespannt was sich dahinter verbirgt der ist schon lange im ruhestand aus schwarzem marmor hilft mir nicht weiter die erkenntnis ein verfallener kamin geht es zum dachboden und da ist ein schrank nur asche in der asche funkelt etwas ah ja der tipp von alexander vielen dank die reste eines zerrissenen fotos bin ich mal gespannt können wir das anschauen okay und ich glaube wir sollen das foto wieder zusammensetzen und dann würde ich sagen wir gucken mal ob wir die schnipsel irgendwie ein bisschen ausbreiten können dann kriegen wir den überblick und das sieht aus als würde das porträt werden und hier gibt es so ein paar eckteile wie es scheint das ganze soll wohl innerhalb dieses rahmens hier zusammengesetzt werden ich guck mal weiter sehr viele teile die ich gerade mal gar nicht zuordnen kann jetzt ist die frage ob die ausrichtung der teile stimmt oder ob wir die noch irgendwie drehen müssen wie würde das denn gehen hier das sieht nach einem ohr aus mit mausrad geht nichts mit rechts klick ok ein ohr was das hier irgendwie dran noch nicht wir gucken einfach mal weiter bin ich gespannt wie lange das dauert bis wir das gelöst haben sind ja doch mächtig viele teile nase sieht schon mal nicht schlecht aus oder das passt jetzt da dran okay was haben wir denn noch ein auge das passt hier nicht hin so diese ganzen rahmenteile hier offensichtlich rahmenteile weiß ich jetzt noch nicht anzuordnen hier noch eine ecke und wie viele teile sind das denn noch das hier was mit dem bad zu tun oh ja guck mal das passt hier oh ach herrje ich glaube das wird mich jetzt ein bisschen beschäftigen sieht aus als würde das fast ganz gut zusammen passen aber ich bin mir da noch nicht so sicher das passt hier dran ne ja jetzt nur die frage welche der vier ecken das hier ist so aber im prinzip sind das alle teile die ich hier habe jetzt gehen wir doch einfach mal ein bisschen nach der form vor wo hätte ich denn noch ein stück mit bad mit ein bisschen mund und das hier so von der spitze rein passt das nicht das nicht wo ist das schwer diese ganze einfarbigkeit ist es natürlich nicht unbedingt einfacher und das hier so ein paar teile hier vom a von der stirn eine ahnung oder wir probieren es doch mal so ein paar rahmen teilen könnte ja eigentlich irgendwie auch ganz gut hier so zusammen passen aber will nicht so richtig was hier ja knapp vorbei ist auch daneben das auch nicht das passt da dran okay das ist schon mal was da wird ein schuh draus oder legen wir die doch mal ein bisschen irgendwie zusammen eine reihe ich weiß natürlich noch immer nicht wo im foto dieses stück am ende hingehört ne ach da fehlt noch irgendwas aber wir hatten doch gerade so ein teil wo ich dachte das könnte irgendwie dahin gehören das hier okay damit scheint das wahrscheinlich nicht die untere seite zu sein sondern links oder rechts denn es ist ja viel zu groß hier was ist denn hiermit das könnte gehen das könnte gehen das passt da nicht hin das da nicht dennoch immer nicht dieses teil was ich hier suche ist das hier vielleicht ja 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 okay das hier könnte farblich noch irgendwo hier unten mit zu tun haben oder hier will aber beides nicht so richtig passen da das sieht gut aus damit ist jetzt nur noch die frage ist das links oder rechts ein plan wir müssen noch immer irgendwie so ein bisschen die stirn und das passt hier oder ne nicht so richtig ne nicht so richtig würde da hin passen oder ja dann lasst uns doch jetzt mal gucken ob das hier upsala die seite ist die hier oben hingehört na irgendwie nicht so richtig bin mir noch nicht so sicher aber auf irgendeine seite muss der teil hm 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 das ist denn da mit das passt doch hier hin oder ja und das passt da nicht hin ja wunderbar wir kommen der sache näher aber ich sehe noch nicht wie rum es gehört hm 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 könnte oben sein ein stück von der frisur da würde jetzt vielleicht dieses hier dran passen nein tut's nicht das hier sieht gut aus machen wir das mal so fangen wir hiermit mal an irgendwann müssen wir uns ja festlegen so auf jeden Fall haben wir da den h-ansatz okay das finde ich besser snappen dann ja da wird ein schuh draus das passt jetzt hier das passt jetzt hier müsst ihr mal weg nein das war nix also ist das aufgrund dieses teils auch nicht hier oben hier oben dann machen wir das mal hier runter zu's hin guck mal einer an war das jetzt ein dummer zufall ja da so ich glaube jetzt kriegen wir den rahmen doch irgendwie hin was das nicht wirklich bleiben ja nicht mehr viele rahmenteile wunderbar wunderbar jetzt haben wir doch einen lauf wieder nicht das hier muss es sein ich hatte gehofft das passt aber ist nicht so gut es hat ja niemand gesagt dass alle teile da sind ne das unterstelle ich jetzt einfach mal aber so recht haut es noch nicht hin hier aha so die müssen weg ups du bleibst du musst weg das hat doch gerade gut aus oder ja das ganze ding noch verdreht ich weiß es noch nicht ok jetzt kommen wir der sache doch ein bisschen näher noch nicht so ganz also jetzt sind ja schon irgendwie alle seiten so ein bisschen belegt insofern müssen wir das doch eigentlich jetzt nur noch erstmal hier oben rein drehen da ist nicht wahr ich habe mich schon wieder geirrt also ich habe das gefühl dass der rahmen noch verdreht ist ich habe eine idee ja so dann haben wir die ausrichtung endlich geschnallt müssen wir es nur noch einmal alles umbauen machen wir es mal so fangen wir mal hier an ja da geht es schon los jetzt liegen die teile alle wieder unglücklich übereinander so ja 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 jetzt oder genau jetzt wird ein schut raus ja Okay, ziehen wir das mal alles rüber. Die Frage ist, wen zeigt dieses Foto eigentlich? Ich hoffe, das finden wir raus. Die Frage wird uns aber bestimmt ein bisschen beschäftigen. So, wo geht es weiter? Das Teil hier kommt in die Ecke. Das war Quatsch. Ah, hier. So. Jetzt nehmen wir die Teile hier mal weg. Wird hier ein bisschen Platz bekommen. Wäre Geburt. Aber es wird schon. Nee, das hier bitte zuerst. Übung ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir haben es gleich. Ich nehme mich gerade wieder durcheinander. So, das Teil hier. Da sind wir zu Hause. Welcher Gordon ist das auf dem Bild? Ist es überhaupt ein Gordon? Hier warten wir noch mal kurz mit dem Teil. Dann haben wir noch... Könnte hier hin passen. Ja, das sieht gut aus. So, wunderbar. Haben wir es doch geschafft. Und damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass jetzt so ein Puzzle hier kommt. Ist ein Teil übrig? Ist ja eigenartig. Nein, habe ich nicht. Okay. Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen. Aber wer könnte das Foto in den Kamin geworfen haben? Und warum hat er es vorher sorgfältig zerrissen? Gut, liebe Leute. Das ist eine Frage. Die sollten wir klären. Aber jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Das hat ja doch viel länger gedauert als erwartet. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber jetzt will ich noch schnell an diesen Schrank gehen. Ich habe mich ja vorhin schon interessiert. Außer Staub ist da nichts mehr. Ja, wunderbar. Gut. Also, wir gucken mal, ob dieser Raum noch irgendwas anderes bietet. Sieht aber erstmal nicht so aus. Noch ein verbranntes Gemälde. Das gucken wir uns nochmal an. Die Leinwand wurde von den Flammen völlig zerstört. Okay. Und dann würde ich sagen, starten wir die Erkundung des Schlosses beim nächsten Mal auf dem Dachboden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir nochmal einen netten Kommentar da. Ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr irgendwas, ja, bemerkt habt, wo ich was übersehen habe oder so, dann könnt ihr es mir ja mal schreiben. Aber bitte nichts spoilern, sondern nur Dinge, die ich vielleicht wirklich übersehen habe. Und dann bin ich gespannt, wie wir beim nächsten Mal weiterkommen. Bis dann, euer Matze. Und dann, wir gucken uns mal wieder. Das war's für heute.